Hallo, kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Ja, hallo. Herr Schlüter meinte, dass ich schon mal runtergehen sollte. Er muss noch telefonieren. Das ist ja kein Problem. Wir gehen einfach schon mal. Ist das alles ein Gepäck, was Sie dabei haben? Ja, mach dir nichts. So, hier können Sie sich ausbreiten. Ja, und das Bett, das hat ein paar nützliche Funktionen. Da können Sie zum Beispiel das Kopfteil nach oben stellen oder das ganze Bett hochfahren oder runterfahren. Entschuldigung, warum habe ich denn hier ein Zimmer? Warum habe ich hier ein Bett? Äh, aber Sie sind doch Herr Maluszek, oder nicht? Unser neuer Gast? Ich bin Hans Heuer, die neue Aushilfe. Oh, Entschuldigung. Dann herzlich willkommen. Danke.